Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu CinemaNRail aus Liebe zum Film. Ja, hoch die Hände, Wochenende, Zeit für ein paar Weekend-Deals und Vorbesteller-Tipps und Leute, ihr wisst Bescheid, Like, Share and Subscribe. Und in diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen zum heutigen Samstag-Video am Morgen des 28.03.2020 und ich hoffe, es geht euch allen gut. Da draußen, bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis und Eigenwerbung in eigener Sache. Morgen am 29.03.2020 ab 10 Uhr gibt es mal wieder einen Livestream und zwar Frühshoppen mit dem Kurt und mir zusammen. Also, ich hoffe, ihr seid dabei und vergesst es nicht, dass die Zeit umgestellt wird, nämlich eine Stunde nach vorne. Eine Stunde wird uns geklaut, aber ich denke, das können wir in diesen Zeiten die Trost verschmerzen und jetzt geht es dann auch direkt in die Desktop-Ansicht und wir beginnen mit dem ersten Film und das wäre hier After Midnight. Das Liebe ist ein Monster. Das, nein, die. Es geht schon wieder gut los hier. Wunderbar. So schaut das Ganze aus. Vom Cover-Design sieht das nicht schlecht aus. Dann haben wir hier unten den Hinweis von den Machern von Ben und Mickys versus The Dead und The Endless. Kenne ich jetzt beides nicht, aber vielleicht ja ihr. Und streng limitierte Sammler-Edition inklusive 24-seitigen Booklet und bla 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 von Meteor Film. Also, so schaut das Ganze aus. Wie immer findet ihr alle Links unten in der Videobeschreibung. Wir machen weiter mit Ashfall. So schaut das hier aus. Okay, es sieht vom Cover-Design her gar nicht so verkehrt aus. 2. Disc Limited Edition Media Book. Wir machen weiter mit The Sixth Sense. Ein richtig geiler Film. Und hier haben wir dann ein Media Book in der Spezial-Edition plus DVD von Filmjuwelen. Das Cover-Design kennen wir auch. Hier hätte ich mir schon allerdings ein anderes Cover gewünscht. Da bin ich ganz ehrlich, auch wenn das dieses typische ist. Aber wenn man schon eine Sonderedition macht, dann kann man doch auch ein besonderes Cover machen oder nicht. Was sagt ihr dazu? Also, machen wir weiter mit Mission to Mars. Auch das sieht richtig cool aus. Ein Film mit Tim Robbins. Ein Brian De Palma-Film. So schaut das Ganze aus. Das geht eigentlich so vom Cover-Design her. Was haben wir als nächstes? Narrow Margin. 12 Stunden Angst. Hier mit Gene Hackman. Dürfte von Koch Media sein, wie das Ganze aussieht. Können wir hier mal runterscrollen. Und wie schaut das aus? Jawohl. Das ist ja auch mal geil. So Media Book-Raten, oder? Nur anhand des Designs. Das wird doch nicht schlecht. Der Hexentöter. Ein Film von Jess Franco mit Christopher Lee. 5-Disc Limited Edition. Da schau mal her. Deutsche Fassung, internationale Fassung, Langfassung, Plus Interview und Soundtrack-CD. Oha. Da geht es immer richtig ab. Hat aber allerdings auch seinen Preis bei 54,99. Und hier haben wir Valhalla Ultimate Box. Zwei Blu-Rays plus Bonus-DVD plus CD. Das wird wohl dasselbe sein. Ultimate Edition. So guckt das Ganze aus. Um was geht es denn da? Oha. Oha. Eieieiei. Also ich weiß nicht, ob man den Film in so einer Edition braucht. Das verstehe ich teilweise nicht, dass manche supergeile ältere Filme überhaupt keine Aufwertung durch eine Sonderedition bekommen oder eine Neuauflage. Ich meine, die muss ja keiner kaufen, aber für Fans der Filme. Und dann manche irgendwelche Filme, die man überhaupt nicht kennt, erscheinen dann in Wunderwass für tollen Editionen. Das finde ich persönlich schade. Hier oben haben wir noch den Hinweis, in ihrer Region kommt es vorübergehend zu verlängerten Lieferzeiten. Tja, bei wem nicht aktuell. Aber ich denke, jedem ist der Ernst der Lage bewusst und das kann man dann auch getrost in Kauf nehmen. Obwohl es allerdings auch schneller geht als erwartet. Haben wir ja jetzt zuletzt bei dem Mediabook von Tom Prader gesehen. So, dass ich noch draufkomme. So, machen wir weiter. Und zwar bei Pritz Media. Da hätten wir Blood Party. Und da erscheint so eine richtige Mediabook-Welle hier. Ein paar tolle alte Retro-Cover. Ob die Filme toll sind, weiß ich nicht. Aber von den Covern her sieht das richtig geil aus. Und alles am 24. April 2020. Also hier haben wir noch Scream. Allerdings nicht der Scream von Wes Craven. Hier haben wir was von Nameless Media. Also für Freunde von Brain Slasher erscheint hier nochmal eine Cover-Variante. Das müsste Cover-Variante D sein. Allerdings der Preis ist schon echt happig. 42,99 Euro erscheint jetzt hier noch Ende März. Und dann geht es nochmal weiter hier mit ein paar anderen schicken Mediabooks. Vom Design her sehen die alle richtig cool aus. Finde ich. So, machen wir mal weiter mit Twilight. Auch das hier. Wobei, ein bisschen. Aber so, ich denke mal, das ist das Standard-Cover von früher. Was haben wir denn hier? 22. Mai. Okay. Ebenfalls 22. Mai. Symphonie des Bösen. Die Musik ist seine Leidenschaft. Doch wenn er spielt, beginnt das Grauen. Ha, 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 ja, da erinnern sich manche an, ja, den Klavierinterricht seiner Kinder. BioForce, die Killerbestie aus dem Genlabor. Dann haben wir Necromancer. Necromancer, weiß jetzt nicht, ob das jetzt perfekt gut ausgesprochen war. Aber wir gucken uns einfach mal hier das Design aus. An blonde Haare, grüne Augen. Tja, so wollen wir das. Und dann haben wir noch Hexenbrut. Und das Böse kehrt zurück. Was ist hier auch 22. Mai? The Carpenter. Sehr geiler Name. John Carpenter? Vielleicht? Nein. Ein Albtraum ohne Ende, wenn er beginnt, wenn er sein teuflisches Werk beginnt. Sagt mir persönlich jetzt nicht, wann erscheint das? 24. April wieder. Ebenfalls 24. April Nachtschicht. Ein Vampirfilm, der mir persönlich jetzt nichts sagt. Aber ihr wisst ja, ich bin Vampir. Film-Fan oder Vampir-Fan. Eine Menge Leute arbeiten nachts. Callgirls, Stripperinnen, Polizisten, Taxifahrer und Vampire. Wow. Okay. Falls ihr was dazu sagen könnt, gerne in die Kommentare. Was auch krass ist, limitiert auf 99 Stück. Und hier nochmal der Hinweis, nur DVD. Auch hier DVD. Also das ist krass. Das fällt mir jetzt erst wieder auf. Aber ich habe ja dazu gelernt, besser spät als nie. Und da ist der Preis schon echt happig. Also was hat es denn? Aber auch hier, limitiert auf 99 Stück. Alles nur DVD-Media-Books. Aber das hier ist Blu-Ray und DVD. Und das hier auch nur DVD. Und ebenfalls 99 Stück. Jo. Also ihr seht es. Da haben wir mal aufgepasst. Eternal, das ewige Böse. Aber ich bin ganz ehrlich. Selbst wenn es nur limitiert ist auf 99 Exemplare. Wer kauft sich sowas? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. 30 Euro für ein reines DVD-Media-Book. Da muss man schon sehr, 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 sehr großer Fan des Films sein. Videoten ist ein geiler Name. Und es gibt eine hoch ansteckende Seuche in Town. Da schau her. Brand aktuell Videomania. Ja, nicht schlecht. Auch das hier nur DVD und limitiert auf 99 Stück. Allerdings steht hier irgendwie nicht dran, welches Label das ist. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Und dann haben wir hier noch was von Inked Pictures. Da gehen wir jetzt schneller drüber. Die Cover Designs und Asian School Girls. Jo. Dann haben wir hier noch drei Stück. Magnum Thunderbolt. Hier in 1, 2, 3 Cover Varianten. Das sieht so ein bisschen aus, wie wir das von Chuck Norris schon kennen. Also ist sehr stark angehaucht. Dieses Cover Design sieht aber ernst geil aus. Also richtig cool. Und dann haben wir noch mal was von Nameless Media. Und zwar Bunny und sein Killer-Ding. Keine Vermietung oder Verkauf an Kinder- und Jugendliche Horrorspielfilmen. Jo. Passt ja eigentlich zu Ostern. Wann kommt der raus? Am 3. April. Also direkt hier nächste Woche. Ist ja eine coole Sache. Jo. Das war es dann mal mit den Vorbesteller-Tipps. Und wir gehen rüber zu den Weekend-Deals. Und sind hier bei Media-Dealer. Und da beginnen wir mit einem Film mit Dwayne Johnson. Skyscraper in 3D. Gibt es hier für schlappe 12,97 Euro. Allerdings werden hier immer 1,99 Euro an Versandkosten fällig. Aber hier gibt es wirklich ein paar richtig geile Steelbook-Angebote. Ich habe ein paar rausgesucht. Auch sonst gibt es ein paar Angebote. Also guckt mal da vorbei. Kombiniert ein bisschen was. Dann könnt ihr das Ganze splitten. Und dann wird das auch zu Verschmerzen sein. Die Versandkosten von 1,99 Euro. Ebenfalls ein super Preis hier für 11,97 Euro. Pacific Rim. Auch in einer 3D-Steelbook-Edition. Also ihr seht es hier. Richtig gute Preise. Pitch Black. 8,99 Euro. Das Ganze habe ich euch ja schon mal präsentiert auf meinem Kanal. Ebenso Atomic Blonde. Für 8,88 Euro. Auch das ein sehr starker Preis für das Steelbook. Parker im Steelbook. Ein Film für Männer mit Jason Statham. und Jennifer Lopez. Und den Abschluss macht dann hier wieder ein Film mit Dwayne Johnson. Um das Ganze nochmal abzurunden. Und zwar Rampage. Den ich mir zuletzt erst wieder angesehen habe. Für 8,88 Euro. Also ich glaube ich habe damals 25 Euro gezahlt. Als der rauskam. Und bei dem Preis kannst du absolut nicht meckern. Hier. Also Media Dealer. Guckt mal vorbei. Ich verlinke euch die Seite unten in der Infobox. Dann machen wir weiter mit Savvy. Und das große Wochenende. Jo. Hier kann man shoppen und etwas stöbern. Wir haben einen Steelbook Sale. Allerdings sind da die Steelbooks wieder im Angebot, die es schon seit längerer Zeit gibt. Und hier gab es zuletzt ja sogar zeitweise auch noch 10%. Nochmal Rabatt dazu. Vielleicht habt ihr es verpasst. Vielleicht interessiert es euch. Deswegen würde ich euch das Ganze selbstverständlich unten nochmal in der Infobox verlinken. Es sind schon ein paar richtig coole Preise und Steelbooks mit dabei. Weiter geht es dann mit ein paar 4K Steelbooks. Und zwar 3 für 32 Euro. Auch hier könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, ob für euch was Interessantes dabei ist. Wir haben ältere Filme und neuere Filme. Und vielleicht bekommt ihr da ja 3 Filme zusammen, um dieses Multi-Buy-Angebot nutzen zu können. Oder nutzen zu können, besser gesagt. Dann haben wir noch ein paar Collectibles hier im Angebot. 20% Rabatt auf Collectibles, 20% Rabatt auf NECA-Figuren. Und auch hier noch 3 für 34,99. Wir können uns hier mal angucken, was bei den Collectibles so am Start ist. Da werde ich mich nachher auch mal durchwurschteln so ein bisschen. Den hatte ich mir gekauft letztes Jahr. 41,99 plus 20% nochmal drauf. Dann kommt ihr auf einen echt schicken Preis. Da kannst du nicht meckern. Ist auch eine tolle Figur. Kann ich jedem nur empfehlen. Macht richtig was her. Und was haben wir denn hier? Back to the Future Limited Edition Animal Pin Badge. Okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Was haben wir hier? Halloween-Maske. Replika-Maske. Und hier einen Freddy. Oh, das ist aber ein hübsches Teil hier. Und wow. Nochmal 20% Rabatt drauf. Also, da werde ich mal überlegen. Dann haben wir Planet der Affen und so weiter und so fort. Gehen wir mal noch eine Seite weiter. Was gibt es hier noch Interessantes? Also, es gibt hier schon echt tolle Sachen. Oh, da schau her. Ist ja mal cool. Also, da werde ich jetzt nachher definitiv noch ein bisschen Zeit mit Stöbern verbringen. Dann haben wir noch unsere 20% Rabatt auf die Nekar-Figuren. Die sind ja sowieso alle richtig klasse. Das einzige Problem, was die immer haben, die stehen nicht von alleine. Keine Ahnung, wieso. Aber es gibt hier ein paar echt geile Sachen. Und dann nochmal 20% Rabatt. Auch das wird sich vielleicht für den einen oder anderen von euch lohnen. Und da fragen ja immer wieder die Leute, wie sieht es da aus mit dem Zoll? Es ist so, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die letzten Merchandise-Sachen, die es bei Zavi im Angebot gab, zu 95% alle aus Deutschland versendet wurden. Und zwar aus Köln. Das konnte man oben an der Versandadresse sehen. Ein paar Sachen kamen auch aus Holland. Und eine Sache kam sogar aus Amerika. Also ich hatte Glück, bin ich ganz ehrlich wahrscheinlich, und musste gar nichts an Zoll- und Einfuhrabgaben bezahlen. Allerdings ist das jetzt hier mal ohne Gewehr. Nur mal für euch so als reine Info. Amazon hat dann noch die Tribute von Panem im Limited Steelbook. Hier im Angebot 4-Disc, 4K Ultra HD plus Blu-ray. Ja, bist der Deppert. 4,497 hier. Und dann sind wir zu guter Letzt beim Cape Light Shop. Dort gibt es noch eine Aktion, und zwar bis Ende des Monats. Dort könnt ihr euch drei Mediabooks vorbestellen. Allerdings hat mich hier mein Abonnent, der Wishmaster, darauf hingewiesen, dass hier nochmal 3 Euro Versandkosten fällig werden, oder fast 4 Euro Versandkosten. Und falls ihr da mal ein paar Erfahrungen gemacht habt mit Cape Light Shop, schreibt es bitte doch uns in die Kommentare rein, ob sich die Filme lohnen oder nicht. Erfahrt ihr hier in dem Film, da habe ich zumindest Koma, Deutschstunde und I See You in der Kritik gehabt. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, das Video. Und somit sind wir dann durch mit den heutigen Vorbesteller-Tipps und Weekend-Deals. Ich hoffe, für euch war was dabei. Wenn ja, schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare rein. Leute, ihr wisst Bescheid. Like, Share and Subscribe. Und morgen ab 10 Uhr Zeitumstellung nicht vergessen. Früh shoppen mit Cinemanuel und Kurt alias Godzilla Fan 1990. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und schönes Wochenende. Servus.